Nach einer Online-Sitzung. Der Chef ist zurückgekehrt, ja. Mit wen muss ich denn da laden? Wie ist denn Kapitän? Wie ist denn der Kommandant? Du hast keinen Kapitän. Die Ding ist nix mehr da. Ich probier mal da eine zu gehen bei den Godzilla. Da sind zwölf Leute drinnen. Der schreibt Untersuchungen. Vielleicht wird das ja passen. Online-Sitzung. Vielleicht komm ich ja rein. Muss ich bezweifle, aber man kann das sein Glück einmal probieren. Ah, wo schau, bin ich reingekommen. Den Kopf war schon noch. Da ist irgendein Japaner. Weil die sind die Pro-Gamer. Boah, der Sauer ist 115. Wir sind aber in einer Quest. Den müssen wir raus holen aus einer Quest. Hauptquartier, Hauptquartier, ja. Dann mal... Se weischt, ich mache einmal die Untersuchung. Oder ich schau einmal... Dann ist jetzt der Suchvergang. Quäste beitreten. Da hat er nicht reingekommen. ...verfügbare Untersuchungen. Nein. Oder was müssen denn die? Fange, Patzell, Gehäuse. Es könnte keine Verbindung gestellt werden. Geht das jetzt bei dir nicht? Ja. Ich bin jetzt in Offline-Modus. Hahaha. Hahaha. Ja, wahrscheinlich weil Full ist jetzt, oder? Nein, warte, ich muss schauen. Ja. Und 12.5.16. Würde ich über die einsteigen? Jaja, nein. Muss sein, ja. Das war nur, weil ich frisch reingekommen bin. Das ist ja frisch, Gott. Das ist schon eigenartig, gell? Hm. Weitere zur Sitzung fehlgeschlagen. Das ist ein Dreck. Ich checke die Logik, ich verstehe die Logik, Leute. Hm. Jetzt hast du das, was bei mir vorher war. Dann müssen wir andere schauen. Ja. Tondral ist der Online-Sitzung beigetreten. Ja, es kommen ja Leute rein. Das ist ja das Lustige. Da ist einer mehr drinnen. Ja. Tondral, Alter, 71. Das ist mal die richtige Partie, Alter. Der Crackdown, der da dabei ist auf Jagd-Rang 10, der wird, Alter... Dann schau ich einmal. In der anderen Sitzung... Aha. Keine Sitzung von Freunden gefunden. Ja, mein Hurt von Erdbeerfurt. Gefilterte Suche bestätigt. Tritt bei... Ei. Probierst du es nochmal? Ja, ich hab ganz Zeit schon. Ja. Die Klöteltöchterinnen sind so geil, oder? Ach, wie? Der will halt begegnen. Sitzung suchen. Gefilterte... Godzilla. 13 von 16 Städter. Ja. Ohja. Ist gerade einer neu gekommen. Ich darf nicht. Ja, es ist eigenartig, weil ich nicht verstehe, warum. Ich will mal spielen und starten. Hallo. Ich bin der Cockzilla. Der Cockhunter. Haha. Na, Hunden, du. Ich kann keine Kocks, Alter. Ah, ey. Da hast du schon? Ja. 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 Boop. Hoppala. Boop. Der Kapitän. Ahoy. Ja, genau. Ich rede im Round 2. Aha. Kapitän habe ich nicht gefunden. Wo ist denn der oben? Ja, der sollst du gleich am Anfang da. Jörg? Ratian. Drachenit, Erz. Monsterfutter. Monsterlos. Ja, weitreten. Tut durch. Suchvorgang... Suchvorgang... Dauert so lang der Suchvorgang... Ich versteh das nicht... Das darf einwandfrei sein... Ja... Wie weit wohnen wir voneinander entfernt... 2km... Und ich meine das kann nicht so einen Unterschied dann aus dem Bock... Das konnte nicht hergestellt werden... Dann probiere ich jetzt mal nach... Probieren wir mal kurz sie da... Sonst wären wir noch die... Gesteigte... Die siegte sie... Hm... Du darfst nicht probieren... Man bricht doch ab... Ah... Die Schliebhaber... Ja... Die Schliebhaber... Probieren wir das... Sechte... Ja... Äh... Online-Sitzung... Die Schliebhaber... Die Schliebhaber... Naja... 67... 58... 55... 43... 29... 14... 16... 28... 15... 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 Jetzt bin ich nie ganz drinnen. Online-Sitzung? Sitzung von Vroningen? Oh, der meint, jetzt bin ich bei Bangkok drinnen, reinkommen. Was ist das? Jetzt bin ich bei einem Chinesen da drinnen, von Godzilla. Das gibt's ja nicht. Dürfen wir nicht zusammen spielen oder was? Ich weiß nicht. Ja, ich check's ja nicht, das schaut ja wirklich so aus. Wenn du auf ein Ding bist, komm ich tue es nicht rein, ich bin hier auf ein Ding, kommst du nicht rein. Jetzt haben wir da einen ewigen Suchbau. Der Sauger ist auch online da. Ja. So, jetzt haben wir eine Online-Sitzung. Nach einer Online-Sitzung suchen, gefilterte Suche. Godzilla. Der hat vorher bei mir funktioniert. Jetzt komm ich da wahrscheinlich in meine. Das ist ja lächelig. Na, ist ja gut, dass ich das mit aufnehme. Das sollen die Leute auch sehen oder? Das ist ja lächelig. Ehrlich. Du kannst mich jetzt... Ich war grad drinnen dort. Und jetzt komm ich nicht rein. Weil du drinnen bist. Das ist ja nicht normal. Vor allem, dass der Suchvorgang so ewig dauert. Ne. Dass er mir dann sagt, dass es nicht geht. Der Don ist jetzt herbeigetreten. Der Don ist jetzt herbeigetreten. Ja, das konnte keine... Das probiere ich bei der unten. Ne. Ja. Du Deinikum. Das ist ja nicht normal, Alter. Das ist ja... Das ist ja... Du... Du musst ja echt froh sein, wenn du bei einer Sitzung mal zusammen sein kannst. Ich komm mich da nicht rein, wie Sascha das jetzt. Ne. Sitzung. Ich kenn nix. Gehört ne. Muss es mir nie jetzt raus gehen wie gerede. Ich ge creo... Ja, gerede! Ich komm beim Aundern Ichуб também auch nicht rein. Ne. Ich... Warte halt mal. Ist ja egal. Nein. Sitzung von Freunden... Ja, ist sicher keine Sitzung von dir. Sodass bin ich für Kürzon. Ich probiere, warum auf Spielersuche, bitte. Dann schickt er mir irgendwo eine. Ja, das geht. Irgendwo anders bin ich jetzt drinnen. Ich kann da wahrscheinlich noch join und dann ganz normal, ne? Es gibt ja nix, ich sehe nur einer auf Level 2. Ich versteh nicht, warum kann ich bei Ante Level 2 da ist eine? Und beim Ante nicht? Das ist ja nicht normal. Nachrufen kann ich. Ich probiere nochmal den Ante. SVP beim Godzilla? Hm. Jetzt geht nix, ich komm nicht mehr rein das Ding. Jetzt gehts, ja. Jetzt steht durch Suchvergang. Ich versteh es auch nicht ganz genau. Ich versteh es auch nicht ganz klar. Ich versteh es, ich brauche. Ich versteh es! Wir sind schon cool. Da komm ich rein, bei dem Joko. Joko, lass. Und was hat der Leid? 49, der Luke, die sind alle in Waste und alles. Das ist furchtbar. Joko, ich versteh nicht. Ich probier jetzt wieder warm das. Warte mal. Es ist übersteht, geht ja nix. Eine unendlich gefilterte Summe. So, Godzilla. Es wäre ja nicht so, als wäre ich nicht schon drinnen gewesen. Ich weiß, wird ja schon drinnen. Du hast die Sitzung verlassen. Das ist ja lächerlich, ehrlich. Das macht ja keinen Spaß. Ich weiß auch nicht. Nein. Du willst eine Bälle spielen und du kommst in keine Sitzung rein. Und da soll ich mir jetzt einmal erklären, die Logik dran. Ich möchte jetzt gerne verstehen, warum das so ist. Mit so kann ich bei irgendeinem anderen funktionierts und da bei den ersten 10 oder was, wenn ich mir raus suche, geht's nicht. Ich versteh. Bin ich drin, dann kannst du nicht. Bist du drin, dann kann ich nicht. Normalerweise... Keine Sitzung gefunden, oder? Oh, ich komm da rein. Ich probiere jetzt den unten da, denn das ist geil. Nö. Ich komm nirgends da, sonst. Der Kastenbärter. Der Kastenbärter. Der Kastenbärter. Wir brauchen Material. Ja, ich würd ja gern. Ich würd ja gern. Aber es funktioniert ja. Und dauert es ja lange noch wahrscheinlich. Nö. Ich komm noch rein. Mir oben rein. Wenn ja nicht Leute mit denen es funktionieren würde, das sind ja zu viele Spülter wahrscheinlich. Nein. Aber ich darf nur ein, wo drei drin sind. Ich überlasse das nicht selber. Ja, das schaut so aus. Jetzt dauert es auch bei mir länger. Aber jetzt geht es wieder. Das verflichst du jetzt erst bei mir nicht und jetzt? Ja, das geht nicht. Komm rein. Ja. Es schaut nicht schlecht aus. Jetzt ist die eine Sitzung, wo ich vorher drinnen will. Tja. Ah je. Honig. Ein Honighafen. Hm. Geh halt anbauen, Honig. Schaut, bei denen kommen wir jetzt wieder rein in die Sitzung. Bei wen? Der Baumi und die Aeroera. Taiuchi. Also warte mal. Ich hüpfe nach. Ich springe nach. Okay. For me. So. Kann man das jetzt auch. Ja, tatsächlich. Da geht es. Aber warum geht es jetzt da? Ja. Warum? Es ist ja wurscht. Ich schreibe jetzt die Quest aus. Na ja. Die Baumi haben ja nichts zu tun. Da wollen, ne? Ja. Vielleicht steigt der Baumi oder wer wieder ein. Das ist ja... Vergasperlte, Alter. Du. Ich verstehe das nicht. Dem ist ja, wie ich Probleme habe. Das ist ja nicht normal, oder? Na ja. Noch ein Mann oder noch. Ah, ich hüpze. Uuuh, schwere Geburt... Super. Also, bestätigen ja. Jetzt schauen wir mal, ob die anderen Notsignal reagieren. Warte. Scheißes Gein, ey. Wenn die reinkommen und dann der Sebastian. Mhm. Wo steht denn da der Preis? Sonst ist scheiße. 300 kostet das. Schau, der William. Der William ist natürlich der einzige was niedrig ist, oder? Ah, der ist 65. Der muss gerade eingestiegen sein. Ah, ok. Aber ich glaube ein Notsignal ist hier selbst übergreifend, oder? Die sind gar nicht über ungerüst. Nein, nein, nein. Der William ist bei uns. Also Strecke ist bei uns. Also muss es irgendwas. Ich weiß es sind nur die, die da sind. XS 65, 46. Der B4 ist 46. Oder geht das echt drüber und die sind dann bei uns? Ich check das einfach. Weil wenn du ein Notsignal suchst, ne? Ja, aber bei oben sind sie dann noch in der Liste drinnen, wo die anderen sind. Ist ja eine Spielerliste, auf dem Server. Aber steigen die dann, wenn sie bei uns sind, automatisch auf dem Server um mich? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oder wie. Notsignal. Ja, ist ja egal. Die sind zwar hohe. Mit denen geht es vielleicht. Ja. Ich brauche die scheiß Schuppen oder was. Ich brauche da. Keine Ahnung. Schuppen wollen das, ne? Ich kann ja auch. Ich brauche das Rückrad oder Rückpanzer. Ja, das kannst du genau, ja, ja, ja. Davon brauche ich einen Hafen. Ich hätte den Banditenmantel mal ausrüsten sollen. Ja, das hätte ich zwar gern, aber... Leben ist auch wichtig, ne? Ja, genau so ist es. Ich habe schon das Problem mit dem Überleben, also... Oh, ich habe was Gutes gefunden. Oh, was war das Gebär? Unheilbäril. Das habe ich vergessen. Das war meins. Naja, natürlich. Ich schicke den dann mit der Post. Bei deinem Postler, der nicht raufkommt. Nein, ich fahre die Saute. Ich musste mir eine Paketumleitung machen zur Post. Direkt. Wo es zum Abholen ist. Dann bist du... Dann hast du aber nicht fahre. Keine Ahnung. 260 Punkte. Hm? Ja. Ja, was sind denn die Burschen? Mädels? Die rehen schon. Die rehen auch schon. Achso, die stechen schon zu? Ja, ok, ok. Die ich gerade. Ja, der gibt die schon. Schau. Weil ich muss jetzt einen Förderplatz machen. Ich habe noch einen Drachenknochen-Relikt mir geholt. Du bist ja ein Clouner. Ja, ja. Mir gibt's nichts. Ich hätte ja irgendwann einen abbauen. Wer baut ihn da ab? Achso, du? Ja. Kämpft der schon fest oder was? Ich hoffe mal. Ich glaube auch. Aber ich glaube jetzt hat er ihn triggert. Mhm. Jetzt muss er kämpfen. Ja, ja, ja. Du hast was vergessen. Da zum Ernten. Ja, das macht ich's. Ich will da helfen, weißt? Ich möchte das gerne schaffen. Die ersten Schläge, die triff ich ja. Ja. Ich bin nicht normal, ne? Daherrutschen dann rein. Ja, Alter. Wie hat er mich drauf? Ja, was ist denn da jetzt kaputt? Alter, ich weiß nicht einmal, wie er mich mit dem ersten getroffen hat. Ich war so weit weg. Das ist nicht normal, oder? Ja, du hast dich erst gegessen und alles, ne? Ich bin nicht so schnell, wie ich mich mit dem. Ich bin nicht so schnell. Da war er. Jetzt kann ich wieder die ganze Zeit nichts tun. Aber ich kann ihn machen. Da geht man so auf die Eier. Ja, der andere ist gar nicht noch da gewesen. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich da war. Der bin nahe, wie du hast. Der Willi, der ist ja gleich im Arsch. Der will, der muss ja gleich im Arsch. Der will, der ist ja gleich im Arsch. Der will, der ist ja gleich gleich im Arsch. Ja. Ich brauche einen Trank. Ist ja nicht normal, oder? Er hat... Er hat... Er hat... Er hat schon überbrochen, heute am ersten Mal. Dann steht er nicht auf. Nein. Er steht einfach nicht auf. Er bleibt dann ewig liegen. Und dann habe ich den zweiten Schlag drückt. Und dann wohin. Weil er nicht hoffen. Weil er dann liegen bleiben muss. Nein. Und zuschaut... Wie... Das ist vorbei. Was ist denn das da für den Nebel? Ja. Wollern. Bis ich mal dazukommen, nicht den Schlag oder so. Das ist ja so Wahnsinn. Den Nachlaufen. Hier. Ich weiß auch, ob er da kommt. Bin ich da langsam? Wie... Ach du. Aber der drümmt mir gleich aus, sonst. Da hinten ist ein Vulkan. Geh da, geh da, geh da, geh da, geh mal, geh mal. Ja schau, Alter, ich kann nicht schau, er ist da drüben und ich bin da hinten und er trifft mich. Das muss mir mal einer erklären, Alter, ich bin ja 100 Meter oder Kilometer weg von ihm und er trifft mich. Er trifft mich, es ist wurscht. Man sieht ja, dass ich weg bin, Alter. Es ist wurscht, ich bin ja weg und er trifft mich, Alter, immer mich. Die Autos stehen fast gleich und den trifft man nicht. Awe. Ja mach was, Alter. Steht da, tut nix. Ja, danke. Ich guck ein, das Klumper weichen aus, bitte. Ja, Alter, bewegt dich einmal in deinem beschissenen Leben, ehrlich gesagt. Ja, was fühlst du nicht mehr von mir, was bläst du nicht mehr an, lass mich in Ruhe einmal. Ja, jetzt haut er ab. Du kleine Schluchten. Oh, Alter. Ja, ich weiß nicht. Ach, gib mir, Alter, an jeder Ecke. Ja. Und ich kann nix tun. Dass sie mich von dem kleinen Wichser da anficken lassen. Ja, sicher. Komm, Alter, ich bin nicht einmal noch aus der scheiß Ecken draußen, du kleiner Stricher, ja, Alter, ehrlich. Nein. Das haben wir verbracht, erste Hilfe, brauche ich nicht, mega Trank. Angequetscht ist. Los geht's. Alter. Das gute ist, du machst eine scheiß Combo, kannst das nicht abbrechen, ne? Und er läuft irgendwie zehn Kilometer weit weg, ne? Schau, schau, Alter. Was will er denn von mir? Ja, schau! Oh, ich ruhe ja, wo sch... hin? Berg auf die Krallen, oder was? Ich kann nicht mehr als die scheiß Ruhlen machen. Sprich nur fünfmal auf mich, Alter. Ich weiß es nicht. Es sind vier Spieler da. Sprich fünfmal in mein Ritz, Alter. Weil es doch geil ist, gell? Du kleiner Scheißer, Alter. Ja. Zaha! Deine Mama ist hier ganz stolz auf dich. Ja, jetzt macht er gleich einen Schaden, nochmal Saltos, oder was? Da hinten ist was für mich. Das muss dein Patellsekreiner, der Beef, oder? Nein. Da wär was zum Heilen, da. Da musst du mal hinkommen. Das ist... Das ist die... Aue! Ich muss wieder zurück. Ja. So. So, wir machen einen gescheiten Move jetzt einmal. Ja. Ja. Das war ein seltses Furt. Das ist ja mal drastend am Tag, Alter. Das scheiß Edelstücker. Ja, endlich. Ja, William, geh in Schwanzbluten, du Arschloch, Alter. Wie wär's wenn du einfach das Noah machst, wenn er wegläuft? So, was haben wir da? Steine. Ah. Sollte ich mal ein bisschen hochheilen, ne? Der Kollege. Sonst wird das auch nix, ne? Ja. Entschuldigung. Der andere macht einen Solo gegangen, darf ich? Ja, ich weiss nicht. Ist ja schlafen gegangen, das scheiß Vieh. Die Fassbombe noch. Natürlich nicht, ne? Habe ich nicht vergessen. Einpacken. Jetzt ist er wieder die Superstelle, Alter. Hat gern sein Gesundheitsbooster dann abgestimmt. Ja. 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 Ja.